Herzlich Willkommen bei S21-BauTV. Als ich hierher kam, dachte ich mir, gibt es das? Hatte ich so einen Knick in der Optik. Ich habe doch die Pumpe und die Mischer deutlich hier gesehen. Aber das hat schon gepasst. Also, drei Betonagen. Einmal gerade drüben bei BA23. Jetzt diese Treppe vom Notausgang Süd, Bahnsteig 3. Hoppla, da muss ich mal ein bisschen... Die wird jetzt gemacht mit dem Kübel. Und wie in der Übersichtskarte vorhin angezeigt, von D4, der untere Bereich. Ich denke, man kann ein bisschen was sehen, wenn ich es richtig halten würde. Untere Mauer oder Wand ist drin. Und diese Fläche, sehr schön sieht man zurückgesetzt an den oberen Teil. Und wenn der obere Teil gegossen ist, kann man die Schalung rausnehmen und das letzte Stück einfügen. Ich habe jetzt aber schlechten Einblick. Also Jens, das ist jetzt doch noch nicht so ganz klar. Ob dieses Element inzwischen angepasst wurde. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.